Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ankiza von Moradi Fotografie und ich freue mich, dass du beim heutigen Video wieder mit dabei bist. Denn heute habe ich dir fünf geniale Tipps für dein erfolgreiches Keks-Mesh-Fotoshooting mitgebracht. Und wir starten auch gleich direkt mit dem Tipp Nummer eins. Ein Holzlöffel. Ja, so ein Holzlöffel darf auf keinen Fall bei einem Keks-Mesh-Fotoshooting fehlen. Einfach aus dem Grund, also es gibt mehrere Gründe. Manche Kinder sind schüchtern und wenn sie etwas in der Hand haben, fühlen sie sich automatisch sicherer. Das ist bei uns Erwachsenen ja genauso. Und die Babys natürlich auch, wenn sie etwas in der Hand haben, fühlt man sich automatisch sicherer. Dann gibt es auch Babys, die die Torte nicht anfassen wollen. Sie wollen sich einfach nicht schmutzig machen. Und dann ist dieser Holzlöffel auch eine mega coole Lösung für dich. Und dann natürlich auch, wenn man das Fotoshooting etwas verlängern möchte. Das heißt, wenn du noch mehr Fotos machen möchtest und das Baby einfach keine Lust mehr hat, die Torte zu matschen, dann kann man in diesem Moment auch noch einen Holzlöffel in die Hand drücken. Und das Kind, die meisten Kinder machen dann auch gleich wieder weiter. Also, wie du siehst, ein Holzlöffel ist eine mega coole Sache für deinen Keks-Mesh-Fotoshooting. Und ja, Punkt Nummer zwei. Also rund um den ersten Geburtstag ist es so, dass Babys, Kinder Impfungen bekommen. Masern mit dem Sörteln oder keine Ahnung, ist auch völlig egal, welche Impfung. Aber diese Impfungen können Impfreaktionen ausüben. Das bedeutet, deswegen sollte die Impfung immer erst nach dem Fotoshooting stattfinden. Es kann sonst sein, dass das Baby launisch ist, beim Fotoshooting müde, Fieber bekommt oder solche Dinge. Das kann auch erst eine Woche nach der Impfung auch auftreten. Deswegen gleich im Voraus den Eltern sagen, bitte den Impftermin immer nach dem Keks-Mesh-Fotoshooting legen, damit ihr euch einfach darum keine Sorgen machen müsst. Dann, Tipp Nummer drei. Beim newborn Fotoshooting schon den Eltern vom Keks-Mesh-Fotoshooting erzählen. Das heißt, ihnen auch ein bisschen das Fotoshooting schmackhaft machen und auch ein paar Bilder herzeigen und erklären, wie das Keks-Mesh-Fotoshooting abläuft, eben dass es zum ersten Geburtstag stattfindet und so weiter. Und du kannst dann natürlich auch ein, zwei Monate vor dem Geburtstag, du hast das ja bei dir notiert, wann das neugeborene Geburtstag hat, dann kannst du auch noch einmal eine Erinnerung schicken den Eltern, ob sie denn zum Keks-Mesh-Fotoshooting kommen möchten. Und ja, Punkt Nummer vier. Das war eins meiner größten Änderungen und meiner schönsten Änderungen im Laufe der Zeit bei den Keks-Mesh-Fotoshootings und zwar Vinyl-Hintergründe. Ja, früher habe ich immer so Plexiglas oder so eine dicke Tischfolie am Boden gelegt, um den Hintergrund einfach zu schützen vor Schmutz, vor Nässe und so weiter. Und Vinyl-Hintergründe sind mega. Die kannst du nämlich einfach abwischen, sauber machen. Es ist auch wasserfest, also das Wasser geht auch nicht durch. Deswegen, wenn du mir auf Instagram folgst, siehst du das, wie toll die zum Reinigen sind, wie wasserfest und so weiter. Das heißt, Vinyl-Hintergründe beim Keks-Mesh-Fotoshooting das Beste, was du dir holen kannst. Und ja, Punkt Nummer fünf. Meine Empfehlung ist immer, die Torte, also bei mir ist es so, die Eltern bringen die Torte mit. Einfach aus dem Grund, Kinder sind unterschiedlich. Manche dürfen was Süßes, andere haben Allergien. Und ich brauche mir nicht Sorgen machen, ob das Baby, was die Torte, was da ist, auch wirklich essen darf. Das heißt, ich trage nicht die Verantwortung, sondern die Verantwortung tragen die Eltern, was ihr eigenes Kind essen darf. Und das, muss ich dir sagen, erleichtert mir einiges. Deswegen ist es auch immer so, dass die Eltern sich einfach darum kümmern. Die Eltern wissen ganz genau, was das Baby essen darf und bringen auch dementsprechend eine passende Torte mit. Und ja, das sind die fünf Tipps heute. Da möchte ich ihr aber dich auch noch darauf hinweisen, auf mein Online-Workshop am 18. März für dein erfolgreiches Keks-Mesh-Fotoshooting. Dieser Online-Workshop ist live. Das heißt, da erzähle ich dir wirklich alle meine besten Tipps, besten Tricks der letzten zehn Jahre, seit ich die Keks-Mesh-Fotoshootings fotografiere und viele, viele hunderte Fotoshootings. Also wirklich eine mega Erfahrung ist da drinnen. Was noch dabei ist, ist auch ein Live-Fotoshooting. Das heißt, du bist direkt dabei und schaust mir zu, wie ich ein Keks-Mesh-Fotoshooting inklusive Bateshooting durchführe. Und zum Schluss machen wir sich natürlich auch an die Bildbearbeitung. Da zeige ich dir auch mega coole Tipps, wie du rasend schnell Bilder bearbeiten kannst. Und ja, also dieser Live-Online-Workshop ist einmalig. Das heißt, ich werde ihn nicht wiederholen. Das heißt, du hast auch nur jetzt die Möglichkeit, live dabei zu sein. Wenn du dabei sein möchtest, in der Videobeschreibung ist der Link zur Buchung. Ich freue mich riesig auf diesen genialen Tag. Und ich freue mich auch, wenn du mit dabei bist. Und ja, schreib mir liebend gerne, wie dir die heutigen fünf Tipps gefallen haben. Und vielleicht hast du auch den ein oder anderen Tipp mit dabei, den du gerne teilen möchtest. Schreib es mir liebend gerne in die Kommentare. Und ja, lass mir gerne einen Daumen nach oben. Vergiss nicht, auch meinen Kanal zu abonnieren. Jeden Donnerstag um 18.30 Uhr kommt ein neues Video online rund um die Babyfotografie. Deswegen aktiviere auch die Glocke, damit du nichts verpasst. Und wir sehen uns dann bald wieder. Ich danke dir fürs Zuschauen.